Also diese, alle die Skins, die ich jetzt erwähnt habe, haben eine sehr gute Chance, irgendwann mal in das Spiel reinzukommen. In Season 7 vor allen Dingen, immer da reinzukommen. Oh, warte, 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 willkommen zurück zu Fortnite! Season 6 endet sich rein am Ende, es ist nicht mehr lange, nur noch eineinhalb leppische Wochen. Season 7 steht ja schon so kurz vor der Tür und da erwartet uns natürlich eine Menge, was das angeht. Neuer Battle Pass, klar, im Battle Pass können tausend neue Sachen dabei sein, hallo, bye, hallo, bye, blaps, blaps. Und natürlich werden wir eine Menge neues, was war das für ein Leck, werden wir eine Menge neue Skins erhalten, auf die wir uns freuen können. Und jede neue Season ist eigentlich schon fast das Spannendste daran, welche Skins wir bekommen. Hier, schluckt den Tee, schlops. Und hier, ihr wisst ja vielleicht, dass viele Skins von der Community erstellt werden. Wow, ich wollte den Tee entickel. Dass viele Skins von der Community erstellt werden und gezeichnet werden, die dann hier gepostet werden. Und Epic sieht das, meine ich mal, und veröffentlicht diese dann. Ich habe hier auch eine kleine Grafik für euch, was wir für Skins bekommen haben über die ganze Season 6 und wann die rausgekommen ist. Die blende ich euch einfach mal ein. Könnt ihr mal angucken. Hallo, Geronimo Boy! Geronimo Boy! Da bist du er. Oh! Okay, der hatte mit dem Revolver sowas von einem Vorteil. Aber gut, dass der Shot gesetzt hat, Alter. Der hat sowas von gesetzt. Okay. Wir haben schon eine ziemlich interessante Skins bekommen, muss ich sagen, in Season 6. Shuguna unter anderem dafür. Da ist ja noch einer. Was ist mit Trailer Park los? Warum ist hier so viel Action? Warum ist hier so viel Action? Komm, schlägt mal. Und ich muss... Ich wollte doch eigentlich dann... Ich lande hier immer, damit ich in Ruhe reden kann, ne? Damit ich mich nicht so stark ablenke. Okay. Und damit ich ja flüssig das Programm runterratern kann. Aber diese Gegend ist alles andere als ruhig gerade. Das ist gerade AIDS. Das ist gerade Mega AIDS. Wow, ich werde noch beballert. Hier. Oh! Oh ja, der Teentickel. Ich liebe es. Okay. Aha. Was ist hier los, ey? Was ist das hier für Rambazamba, ey? Holy shit. Skins. Kommen wir noch dazu, Leute. Geile Skins. Kommen noch. Versprochen. Äh. What the fuck? Lass mich mal in Ruhe. Ah. Jesus Christ. Polski. Oh man. Okay. Fünf Kills. Seit wann landen hier überhaupt jemals fünf Leute in dieser Gegend, ey. Ich muss mich healen, ey. Okay, geht gut. Skins, Leute. Was haben wir bekommen in Season 6? Shugun Skin war ein nicer Skin. Was hatten wir noch? Schreibt mal mal runter eure Lieblingsskins, die in dieser Season rausgekommen sind. Leute, runter in die Kommentare und vor allen Dingen welchen Battle Pass Level ihr habt. Schreibt mal was rein. Bin mal gespannt, weil wir haben ja doch schon einige interessante bekommen, finde ich. Und Deadfire war der erste reaktive Skin überhaupt. Also, ne. Der Cowboy Skin, der sein Aussehen ändert, desto mehr Schaden man kriegt und so weiter. Beziehungsweise Kills macht. Der Jagdgruppen Skin ist der beste Mystery Skin, den wir bisher seit langem hatten. Und kein einzig... Kein einziges Shotgun. Mein Lieblingsskin ist klar, das Shugun. Das ist so mein erster Platz. Aber von Season 6, so die rauskam. Kelamiti auf jeden Fall. Gehört ganz weit oben für mich. Und... Wolfskin geht so. Den feier ich nicht so ganz. Komm raus. Komm raus. Der ist sogar Kelamiti. Oh! Alter, was geht heute ab? Was geht heute ab? Okay, die Schütze sitzen. Dynamit sitzt. Es sitzt alles. Die Hose sitzt auch. Auch wenn ich die mal locker mache, damit das nicht so sehr drückt. Okay. Was haben wir? Okay, und ihr. Ihr wisst ja Bescheid, dass Community die Skins auch manchmal malen und rauskommen. Der Chicken Skin... Ach ja, der Chicken Skin gehört auch auf jeden Fall in eine sehr hohe Platzierung. Taro Skin mag ich auch in dieser Season. Aber auf jeden Fall Chicken Skin wurde von einem Neunjährigen designt. Ja, auf Reddit gibt es einen Poster, da hat ein Neunjähriger erstmal ein Bild gemalt, der es erstmal sehr, sehr grob aussah. Wisst ihr ja Bescheid, ne? Sorry, habt ihr bestimmt schon gehört. Er sah das ganz grob aus. Dann hat ein anderer User, der, sag ich mal, ein anderes Konzept erstellt und quasi diese Zeichnung nochmal ein bisschen besser gemacht. Weil die Community das Ding so mochte und Epic hat das Ganze dann gesehen und dann hat er durch den Hühnchenverteidiger, den Flügelverteidiger produziert. Mega geile Geschichte. Aber auch der Shogu, den ich gerade spiele, ist auch ein Community-Konzept mehr oder weniger. Und zwar hat er schon zu Season 5 einen Benutzer einen Oni-Skin produziert. Und den melende ich euch natürlich an, wie er aussieht. Und der war schon angelehnt an einen Samurai-Skin, einen japanischen Oni. Ein Oni ist ein Dämon, ein japanischer Dämon, ne? Das bedeutet sogar übersetzt, glaube ich, Dämon-Oni. Und hier, da hat er halt einen japanischen Skin gezeigt, der auch sehr rötlich war in diesem Fall. Aber zu Season 6 hat dann Epic halt diesen Shogun rausgebracht, der anhand dieses Konzepts angelehnt ist und den rausgebracht hat. Fand ich mega nice. Und der Skin ist auf jeden Fall auch mega nice geworden. Sogar besser als der Oni-Skin. Ich muss noch dieses Challenge machen, deswegen stehe ich hier gerade ein bisschen kloppe. Aber ich kann auch in Ruhe klappern. Mit 6 Skills bin ich gerade mehr als gut dabei. Dankeschön. Und der Oni-Skin war auch ein Community-Konzept. Und ihr seht es schon einfach, diese ganzen Community-Konzepte aus Season 5 und so weiter wurden halt übernommen und in Season 6 reingebracht. Deswegen habe ich nochmal einige Community-Konzepte rausgekratzt und zusammengefasst, die jetzt in Season 7 reinkommen könnten. Und das sind auf jeden Fall Mords geile Community-Konzepte, die ich mega feiere. Und ihr könnt ja gerne auch eure Meinung unterschreiben, welche ihr davon jetzt am geilsten findet. Aber wie wäre es als allererstes, was wir brauchen für Season 7, ist hier einen neuen Kuschel-Teddy-Bär. Ja, wir haben schon eine Menge Teddy-Bären und die meisten sind auch recht abgefuckt, dass die jedes Mal so viel Geld kosten. Aber hier, es spricht auch nichts, ich sage hier, bisher haben wir zu jeder Jahreszeit einen Teddy-Bär bekommen. Im Frühling haben wir dann hier die Kuschel-Oberbeauftragte bekommen. Valentin-Sack-Skin, ne? Und hier, dann haben wir den Panda-Skin bekommen und den Amerika-Teddy-Bär-Skin. Den haben wir irgendwo im Sommer bekommen, um den Dreh herum. Zu Herbst haben wir den Horror-Teddy-Bär bekommen und jetzt müsste eigentlich zu Weihnachten ein Weihnachts-Teddy-Bär kommen. Das ist auf jeden Fall auch eine nette Zeichnung, die ich hier gefunden habe, die sehr cool aussieht. Und das ist auf jeden Fall schon feierbar, muss ich sagen. Enderdings an der Tatsache, dass die Teddy-Bärs eigentlich ein auswählbarer Stil sein sollten, Leute. Keine Frage, brauchen wir gar nicht drum zu diskutieren. Fünf unterschiedliche Skins, die einfach nur eine Recolor von einem ursprünglichen Kuschel-Oberbeauftragte sind. Das ist einfach nur Wucher, das ist Geldabzocke. Brauchen wir gar nicht drum zu diskutieren. Aber hey, wenn mir das für Muster so folgen, müsste eigentlich ein Winter-Weihnachts-Skin kommen. Naja, ich brauche immer noch eine Shotgun. Verdammt, ey. Ich renne hier ganze Zeit rum und eine einzige Shotgun. Und ein erstes Konzept ist auf jeden Fall, das habt ihr schon vielleicht mehrmals gesehen, ist so ein Schneemann. So ein Schneemann-Skin, der wie in Schneemann aussieht, von oben nach unten, ziemlich weißer Skin. Erinnert schon fast wie an den Osterhasen, der auch ziemlich weiß ist. Aber der sieht halt aus wie ein waschechter Weihnachtsmann. Nein, Weihnachtsmann nicht, nee, wie ein Schneemann, waschechter Schneemann. Ihr habt vielleicht auch von einem Leak gehört, von einem Horror-Weihnachtsmann oder sowas, was natürlich kompletter Käse ist. Aber viele denken ja, Season 7 wird ja winterbehaftet sein. Weihnachten ist auch dazwischen, wird ja über ganz Weihnachten gehen. Tanz mit mir, Fischi. Den habe ich schon, leider. Und dass hier der, dass ein Weihnachtsmann als Level 100-Skin natürlich auch kommen könnte. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, Epic wird da uns überraschen und nicht einfach so einen schlichten Season-Skin, beziehungsweise so einen Festival-Skin reinpacken. Sondern wir hatten schon was Episches reinpacken. Bisher waren die Season-Skins, beziehungsweise Level 1 und 100-Skins, waren immer episch. Egal, ob Halloween dazwischen war oder nicht. Und, äh, also vom Aussehen episch, ne? Nicht die Seltenheit. Naja, das nächste Konzept, was ich für euch habe, ist auf jeden Fall ein richtig nices von Ray Art. Und das ist mega geil gezeichnet. Und das nennt sich Dragon Slayer, also Drachenschlechter. Und, äh, der Skin ist einfach brutal. Der ist brutal, Leute. Ich würde mir den sofort gönnen. Natürlich legendäre Stufe. Und kriegt natürlich auch Blitzeffekte und so weiter auf den, äh, hier. Ähnlich wie Drift oder Omega, wenn man das so höher man den spielt, würde er, äh, hier leuchten. Oh, jetzt steh ich nicht tief genug drunter, ne? Ätzend. Ähm, desto mehr Kills man macht und so weiter. Ähnlich also schon wie der Deadfire-Skin. Und übrigens, diese Konzeptzeichnung war noch zu Season 5. Anhand dieser Idee, dieses Konzeptes, dass man sein Skin auflevelt, desto mehr Kills man macht, ist auch der Deadfire-Skin entstanden, mehr oder weniger. Naja, jetzt hab ich zwei lila Revolver, aber immer noch keine Shotguns. Aber die fällt da auch nicht raus. Abgesägt, der wär geil. Äh, und der Dragon Sleeve ist einfach brutal. Die Spitzhacke ist brutal. Der Skin an sich ist brutal. Auswählbare Stil, Farben und so weiter. Und, äh, die man dann freischaltet, indem man desto mehr Waffen-Kills man macht. Mua, lecker. Ich werde natürlich noch ein eigenes ständiges Video rausbringen, wo ich über die einzelnen, äh, Wünsche für Season 7 und so weiter spreche. Waffen-Skins sind auf jeden Fall sehr angesehen. Und, äh, hinterlasst auf jeden Fall ein Abo, Leute. 500.000 Abonnenten gilt es noch dieses Jahr zu knacken. Und es ist verdammt knapp. Und es wird mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Und vielleicht schaffen wir auch die 5.000 Likes auf diesem Video. Was meint ihr? Ist das noch eine Aufgabe, die wir schaffen können oder eher nicht? Tut auf jeden Fall nicht weh und ist umsonst. Naja, das, nee, der nächste Skin ist auf jeden Fall auch wieder was Asiatisches. Ich liebe asiatische Skin. Das ist der Koki. Also wieder in asiatischer Stil. Erinnert so ein Mix aus Drift und den Shugun-Skin so ein bisschen, ne? Die Spitzhacke sieht wieder brutal aus. Ich liebe diese Spitzhacke, ey. Und dann natürlich auch auf Level 100, beziehungsweise wenn man den freischaltet, dann so ein paar Blitzeffekte, die dann sich auch farblich anpassen lassen. Das wäre Bottas-Wiii. Das wäre... Ja, ich hätte den Revolver gar nicht brauchen sollen. Der lag hier die ganze Zeit. So viel dazu, ne? Und dann gibt es nochmal einen dritten Skin vom gleichen Zeichner. Und der erinnert tatsächlich an einen Ninja-Skin, ja? Der sieht aus wie ein Ninja, also den Streamer, ne? Und, äh, es wäre auf jeden Fall eine coole Hommage an Ninja. Das ist ja quasi der beliebteste oder verbreiteste... Na, ja doch, eigentlich schon, ne? Der beliebteste und verbreiteste Fortnite-Spieler ist. Und dann würden die diesen Skin reinbringen, der halt ziemlich ähnlich wie Ninja aussieht, aber auch natürlich an einem Anime erinnert. Und das ist Ryorna Kenshin. Spreche ich das richtig aus? Ich glaube, ich habe das falsch ausgesprochen. Ihr wisst Bescheid, wenn ich das meine, wen ich meine. Aber der Skin da erinnert total daran. Und allein diese drei Konzeptzeichnungen von diesem Typen feiere ich ultra. Die sind so lecker. Die sind richtig lecker. Ja, aber das Ganze muss ich nicht nur auf Skins beschränken. Wie wäre es mal mit was mit den Haustieren? Da bringe ich noch... Hier, ein bisschen tiefer gehe ich dann noch in die Thematik rein, in dem Wunsch-Video für Season 7. Aber die Haustiere haben ja bisher jetzt nicht so wirklich viel Abwechslung bekommen. Und ein Konzept zeigt, dass diese Haustiere sich an den Skin anpassen, den man gerade ausgewählt hat. Beim Beispiel von Renegade Raider zum Beispiel würde da... zum Beispiel der Hund, Wuffel heißt es auf Deutsch, ne? Hallo, Bruder! Autsch! Autsch! Würde Wuffel... Oh, Baby! Alter, das geht gut ab! Ich habe endlich meine Shotgun! Yeah, Mann! Und der Headshot an den Typen, da war auch lecker. Ja, und Wuffel würde dann auf jeden Fall eine Brille bekommen, die dann passend zu dem Skin ist. Und mega nice wäre... Ah, das TNT sitzt einfach! Das TNT sitzt... Wie sagt das Ding, dass es schlecht wäre? Das Ding ist mordsgeil! Das Ding ist mordsmordsgeil! Da muss man ein bisschen Geduld haben! Oh, da will jemand meine... Da will jemand meine... Da will jemand meine Kills snacken. Ja, und die Haustiere auch ein paar neue Skins bekommen würden, das wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Wenn neue Haustiere allgemein wären, geil. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Okay. Komm, lassen wir doch mal TNT schmeißen. Hat gerade gut funktioniert. Aber es gibt dann natürlich noch einen Wunsch für ein neues Haustier. Und das ist... Und das ist hier der Highskin. Der Highskin könnt ihr mal auch... Ja, quasi ein Aquarium bekommen, wo ein Heini drin sitzt, ne? Wer weiß, vielleicht setzt es Epic sowas um. Auf jeden Fall können wir uns definitiv auf neue Haustiere freuen. Es ist sowieso seltsam, dass in Season 6 überhaupt keine Haustiere rausgekommen sind. Äh, 10 Kills! Nice. Nice. Ich liebe es. 10 Kills schon mal ist gut. Und ich bin Solo versus Duo. Ne? Vergiss das nicht, Leute. Ich spiele Solo gegen Duo, Leute. Hab jetzt schon 10 Kills. Und da like it. Ein nächstes Konzept ist vom Flabogar 8. Und er hat einen Schaolin-Mönch erstellt. Passend zu den ganzen Emotes, die wir haben, zu Tai Chi und mit der Faust nach vorne, ne? Und so weiter. Haben wir eine Menge Emotes, die schon sehr daran anlehnen. Und deswegen passt dieses Konzept sehr gut zusammen mit dem Emotes. Und es ist sogar nicht mal unwahrscheinlich, dass wir irgendwann mal einen Schaolin-Mönch bekommen. Und dieses Konzept ist auf jeden Fall mega gut erstellt. Der hat nicht nur ein paar Zeichnungen erstellt, der hat sogar In-Game. Der hat sogar In-Game den geshoppt. Okay. Der hat sogar In-Game-Bilder von dem erstellt, wie es aussehen würde, wenn er In-Game wäre. Und das ist krass. Das ist mega krass. Allein dieses Konzept feiere ich genauso. Und wie gesagt, passend zu den ganzen Emotes ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass Epic dieses Skins, beziehungsweise diesen Skin auch vielleicht reinnehmen könnte, wenn die die Idee gesehen haben. Wenn die diese Idee gesehen haben, würden die auf jeden Fall wahrscheinlich reinnehmen. Es passt gut zu den ganzen Emotes und den ganzen Skins und so weiter. Und raus mit dir und... Ja, Mann! Elfter Kill und dann noch so ein 200-EQ-Play mit dem TNT. Oh, boy! Ich bin on fire! Ich bin on fire! Was geht hier ab? Ich feiere das gerade. Mega. Naja, der Schaolin-Skin auf jeden Fall. So geil. Und auf jeden Fall... Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was bringe ich noch für Wörter rein? Ich bin... Bin gerade ein bisschen aufgedreht, weil ich so schon elf Kills habe und das Solo-Versus-Dur. Naja, äh, hier. Äh, Schaolin-Skin könnte auf jeden Fall mega reinkommen. Und allein, wir sehen ja schon in der Vergangenheit, wie viele Skins Epic reingebracht haben. Ach ja, die Drum Gun zum Beispiel war ja auch ein Konzept. Ich blende euch mal ein Bild rein von einer Drum Gun, die von einem Kunden-User erstellt wurde, was ein Konzept war und gezeichnet wurde. Und die Drum Gun kam tatsächlich in das Spiel rein. Deswegen, ja, also diese, alles die Skins, die ich jetzt erwähnt habe, haben eine sehr gute Chance, irgendwann mal in das Spiel reinzukommen. In Season 7 vor allen Dingen, immer da reinzukommen. Oh, ich wusste doch, ich wusste doch, ich habe jemanden gesehen, ey. Oh, Alter, das war knapp, ey. Boah, ich bin One-Shot gewesen, ey. Das ist ja das Knifflige. Mit schon auch noch eine Shotgun und ich wäre weg gewesen. Schaolin-Skin auch noch, nice. Äh, ja, aber bisher ein guter Run, Leute. Zwölf Kins, mega geile Skins, die in Season 7 reinkommen könnten. Das ist auch mal ein wunderschönes Ding. Mir gefällt das, mir gefällt das. Und, äh, wenn wir jetzt noch diese zwei Leute da snacken, wird das eine mega-sweete Runde. Gibt das eine mega-sweete Runde. Guck mal das an. Ich kann die snacken, ich kann die snacken. Hier kommt Snackerino. Und, wer von denen ist Solo? Okay. Ah, Mist. Die zwei waren leider Duo. Okay, habe ich leider auf den Falschen gezielt, aber die Treffer waren auch Mist. Und, Leute, nur noch einen Monat, dann ist das Supporter-Creator-Programm vorbei. Deswegen beachtet, dass alle 14 Tage dieser Eintrag hier rausfliegt. Tragt es nochmal ein als Haste mit. Hey, Stani mit dem Code, wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt und einfach mir was Gutes tun wollt, ohne einen einzigen Cent zu verlieren. Vielen Dank natürlich an die 30.000 Leute, die mich hier schon eingetragen haben, Leute. Der Support ist einfach nur mega, mega, mega krass. Ich kann gar nicht glücklicher sein, dass ihr mich so krass unterstützt, dass ihr mir das alles ermöglicht. Nicht nur der Support-Creator, auch ganz YouTube mit dem ganzen Kanal und dass ihr die Videos schaut und es feiert, was ich da produziere und so weiter. I love you.